Was gibt's denn hier oben? Ah, da oben haben wir... einen Bombencontainer. Wie komm ich dort hin? Mit einer weiteren Bombe? Nee. Nein, lass mich hoch. Ich will dort noch schauen. Ich war noch nicht fertig. So, hier irgendein... Ah, so einfach. Okay, dann mach ich einfach so. Hallo. Wo war er denn? Ach, so hoch springen komplett? Ah, so hoch und dort dann rein, ne? Ja, so wird's gehen. Äh, dann mach ich halt so. So, hier legen und hier rüber. Wie immer. Gut. Jetzt warten, bis die Bomben wieder da sind. Eine legen und da ist der Container. Okay. Ach, okay. Ich wollte eben sagen, noch bevor der Torizo kam. Es gibt einen Hack, von dem ich weiß, dass der Kampf, dieser Kampf hier, erst am Ende des Spiels ist, wo der Timer, wo der Countdown schon läuft, dass die Welt am explodieren ist. Ähm, hehehe. Ja, das möchte ich bitte auch nicht spielen müssen, wenn's nicht unbedingt notwendig ist. Das stell ich mir ekelhaft vor. Richtig fies, ekelhaft. Dann bin ich doch froh, dass er jetzt so hier direkt kam. Ich überleg mir zwar schon noch so nebenbei, wo krieg ich denn jetzt... Ach, hau ab. Mein Plasma-Beam her, aber das wird sich schon finden lassen. Ups, hoch. Gut. Hier bin ich wieder. Dann befrage ich jetzt mal meine schlaue Karte. Hier bin ich. Links lang hab ich, glaube ich, jetzt noch nix gesehen. Hier rechts wieder prinzipiell, hoffe ich zumindest. Schau ich mal. Ich weiß, dass es ihn hier gibt. Und wo? Tja. Muss ich eben schlau suchen. Und hier einfach hochgehen. Hier war ich noch nicht. Das ist doch schon ein Anhaltspunkt. Möglicher. Schau ich mir das mal an. Was haben wir denn hier? Ach, so ist das. So Sachen macht ihr, wenn ich nicht da bin. Und ich bin nicht eingeladen, ihr Schein. Oh, ich schieße hier langsam. Ich habe hier immer noch den Eisbeam ausgewählt. In meiner Beam-Kombo. Naja, ich lasse ihn mal noch grad. Mal schauen, wie es denn mit den Plasma-Bühnen dann später aussieht. Ah ja, das ist die andere Seite hier, wo ich gesagt habe. Genau wie ich es mir dachte. Es ist dafür da, dass ich dann sehe, he he, hier gibt's was, ob du kriegst. Nein, 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 nein. Nimm's mit? Aber ich hab's ja schon, ich hab's ja schon erledigt. Durch glückliches Türen auswählen bin ich gar nicht erst so verarscht worden. Also. Ja, hier hoch und dann rechts. Hoch. Hoch. Und ah, was blinkt denn da Tolles? Bist du mein Plasma-Beam? Es ist sehr gut möglich. Ja, geh mal aus dem Weg. Ah, du auch. Das blinkt schon wieder. Hier war ich schon. Aha. Okay. Was war das? Huh. Ah, das ist das. Okay. Das hätte ich also auch können raus. Okay. Okay, 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 okay. Gut, dann steht hier ursprünglicher Plan noch. Ich geh wieder rechts weiter. Nur diesmal mach ich's direkt mit. Uah. Uah. So. Äh. Raus hier. Ah, habt ihr gehört? Pause wegen Wust anfällen. Oho. So. Mit. War ich gerade am sagen. Scheinbar. War der eigentliche Plan. Also. Deswegen hier rein. Hier aufmachen. Und von hier drüben schon direkt mitnehmen. Und. Nyauf. Dann kann ich hier nämlich durchschritten. Wenn das so klappt. Und. Ja. Bum, bum, bum. Herrlich. So. Hier. Dann weiter. Was war das wieder für ein Raum? Der mit der Säure? Ich sag's doch schön. Der Raum mit der Säure? Es gibt ja auch nur 7000 davon hier. Es gibt ja auch nur jeden davon mit Säure hier. Warum ist das unten Säure? Ist das was versteckt? Hier nämlich. Nee, nur verarschen. Tja. Toll macht ihr das. Wirklich toll. Hier. Das ist doch bestimmt jetzt mein Plasma-Beam. Na? 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 Ja. Könnte sein. Wer weiß. Sieht nicht unbedingt danach aus, als gäbe es dort nichts. Wird schon für irgendwas da sein, oder? Äh, Säure baden. Zum Kater aufdenken. Wir haben ihn hier. Nicht so mein allerliebstes Hobby. Ach, geh schon runter. So. Und hopp. Ach, Mann. Boden berührt. Äh, nochmal. Hier noch lang. Der Raum ist riesig. Ah, super. Hier ist... Ah, es ist nur eine Abkürzung zurück. Okay. Und jetzt hier wieder so tief runter. Ich will nicht so viel in der Säure baden. Es tut richtig, richtig weh. Hier, über mir. Okay. Noch ein... Ja, links unten noch das Eck. Und links oben noch ein kleines Stück. Hier. War links oben. Und links unten. Ist da drüben. Und zwar... Hier. Und hier. Gut. Gut, gut, gut. Raum ist aufgedeckt. Schauen wir mal. Was überspringe ich alles? Ach, nee. Da fehlt mir noch was. Und dort oben ist eine Energieladestation. Nee, ich gehe hier links raus. Ich gehe hier oben wieder lang. Nee, nee. Ist mir lieber im Moment. Ja. Springt mir doch nicht einfach einen Weg. Das ist doch... Ha. Dann seid ihr selbst dran schuld. Und bomb. Hier oben. Energie. 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 Ja. Oh, gut. Und noch Raketen. Brauchen wir auch noch viele. Und eine Bombe. Oh, die ist verschwunden. Jetzt links von mir sehe ich gerade nichts. Ja, dort oben. Aber naja, das wird nicht der Ding sein. Aber hier rechts von mir hat es unten noch was. Nicht aufgedeckt. Warte, warte, warte. Nein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Ja, genau hier. Hier rechts unten ist noch was nicht aufgedeckt. Gut. Ja, hier. Und noch mal. Oha. Ah, 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 ah. Du Fiesling, du gemeiner. Du Hund. Du Hund. Und dafür ist hier ein Raum. Ja. Aha. Aha. Aha, Raketen. Steigt jetzt die Säure. Ich hab Angst. Ah. Ne, aber dafür fliegen Feuerbälle hier rum. Puh, ich hab schon Angst bekommen. Wenn es sonst nichts ist. Feuerbälle. Darf habe ich keine Angst. So. So. Wo dann jetzt? Dort unten fehlt noch der Weg wieder zurück, um an dem einen Raum wieder anzukommen. Das möchte ich noch finden. Das möchte ich noch sehen. Dann muss ich ja wieder hier unten lang. Ja. Das ist am wahrscheinlichsten, denke ich jetzt mal. Gehe ich eben wieder hier zurück. Ach, du bist im Weg. Das muss ich so oft sagen. Das ist so traurig. Warum stehst du da rum? Und bist einfach unverwundbar und so. Puh. So, hier blinkt's. Hier war ich jetzt aber ja. Mal schauen. Ne, das war das hier. Ja, dann hier links durch. Dann nach unten. Und doch rechts rein. Und dort am Rand vermute ich noch irgendein Gang. Oder es war sogar eine graue Tür. Das halte ich ja auch für gut möglich. Mir fehlt... Aua. Ach, nee. Nee, 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 nee. Mir fehlt noch der Weg, wie ich dort an der einen Chozo-Statue in Ost-Maridia wieder rauskomme. Ost-Maridia. In Ost-North her wieder rauskomme. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ihr werdet seht jetzt. Hier, geh. Ist okay. Ich fall einfach in die Gegner rein. Bist du dann zufrieden? Springst du dann runter? Ja, war mir klar. Bäh. So, hier lang. Durch ganz viele Gegner und Stacheln und Säure ist es ja noch nicht bewacht genug oder so, ne? Wir müssen doch Stacheln in die Säure setzen, ne? Das muss ja sicher sein. Puh. Hier, irgendwo am rechten Rand zum Beispiel. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Na? 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 Nix. Ha. Ha. Seht direkt rechts von mir, wo ich mich befinde. War dieser Raum, wo ich rauskommen will. Wie komme ich denn dorthin? Wenn denn hier rechts lang... Dort oben unten raus geht nicht. Das ist nur Säure. Hier unten bis Red Lake glaube ich, dass ich alles aufgedeckt habe. Das glaube ich nicht, dass der Plasmabeam noch rumfliegt. Hier gibt es wirklich nichts. Ne. Sieht nicht danach aus. Keine unsichtbaren, so illusionären, ihr wisst schon. Ne, noch einmal hier lang den Boden ab und in dem kleinen Eckraum hier den Boden ab. Das ist Schwachsinn hier. Das ist nur Säureboden. Ach, lass mich schon drüber ankommen. Ja, ja, im letzten Moment falle ich nicht dran. Jetzt hier runter und dann noch rechts ab. Vielleicht nehmen wir einen kleinen... Ach, ne, beim Speicherpunkt bestimmt nicht. Papa.